Musik Hallo liebe Leutchen, willkommen zurück zu Kinema. Ja, ähm, genau, wir haben im letzten Part, äh, die Episode in Hollow Bastion abgeschlossen und was machen wir dieses Mal? Wir gehen, glaube ich, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nein, entladen Drachen, meine ich natürlich. Haha, und da können wir nun weitermachen. Eine neue Episode ist verfügbar, die wir gleich mal anspielen werden. Viel Spaß. Oder ich glaube, wir... Nein, keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Mal schauen. Wie es allem wohl so geht? Warte! Zora! Mulan, wir können jetzt nicht reden. Wir müssen diesen Kerl schnappen. Ich bin auch hinter ihm her. Wir können jetzt... Ohi, wir haben eine Freundin gefunden. Mulan ist wieder bei uns. Yeah, Digga! So, cool. Was müssen wir jetzt machen? Folgen einfach mal den Typen hier. So, gibt's denn hier irgendwas Neues? Nein, immer noch derselbige Kack, wie immer. Naja, Item, äh, abgeben hier. Ist nix, oder? Formel... Hm? Nein? Nein? Wow! Blitzgalspange, Granatring und Soldatenohring. Wir könnten herstellen. Aber wir haben bei vielen nur eine Truhe. Also hier zum Beispiel ein Achatsplitter und hier ein Donnersplitter. Und das will ich eben nicht machen. Ich mach das, wenn dann nur, wenn wir genügend davon haben. Und... Ja, dann, äh, lassen wir das einfach mal so... Wie das so ist, äh... Dann... Ich sag mal... Äh, was ist denn da drin? Da war die eine Höhle, wo Shan Yu uns, äh, glaub, gefangen gehalten hat. Vielleicht ist da jetzt wieder was Neues. Vielleicht sind da Gegner, die wir besiegen können. Ja, schon sogar. Es sind hier Gegner, die nichts drauf haben. Aber es hat zum... Gute... ...Erfahrung gegeben. Haha. Ah, Gegner, Fledermäuse. Ah! So. Ah! So. Reflekt. Ich glaub, das Reflekt... Oh, Luresplitter. Ähm... Angriffe abwärts. Bam! Oh geil, hier können wir noch ein bisschen leveln. Bam! So. Schwertstrudel, Baby! Wuhu! Oh ne, oh ne. Nur schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht. Und jetzt bist du dran, Digga. Bam! Und... Hoch mit dir! Bro, fette Sau! Und bam! So. 400... Was? Alter! Autsch! Komm her, du Sau! Wir könnten mal rote Rakete machen! Na los! Bam! Bam! Und weg mit dir, Digga! Flammenregen! Für dich! Bam! Und immer noch nicht tot. Aber jetzt halt. Bam! Haha! So, und wir halten eine HI-Potion. Und einen Freudensplitter. Okay. Wir haben unsere Arbeit getan. Die Höhle ist clean! Keine Drogen irgendwo gefunden. Und ja. Drogeninspektor Sora! Ja. Jetzt folgen wir aber wirklich mal diesem mysteriösen Mann. Äh, haben wir irgendwas Neues bekommen? Ein Schlüsselschwert oder irgendwas? Warum zum Teufel ist da was... Nee. Aha. Was geht denn da ab? Hat der nichts mehr an? Oh mein Gott, Goofy ist nackig! Wir haben aber auch nichts mehr an. Was geht hier ab, Digga? Gut, dann machen wir, äh... So, Champion, gut. Dann rüsten wir ihn wieder aus. Eigerskette zweimal. Und du... Ah, Gaia Kurt! Der ist doch super! So, und jetzt noch einen passenden Ring. Ein Virtuosenring, der wird... Ja. Ja! Ach, die braucht nichts. So, ja, immer noch einen Aquamarinenring. Ne, einen Virtuosenring brauchen wir nicht. Mega-Elter brauchen wir auch nicht. Und meine HI-Potion, weil das ist... 60 Prozent, das ist ganz gut. Ja. So. Äh, ja, dann, ähm... Ich geh nun mal zum Berggrat. Und schauen, was uns da erwartet. Wahrscheinlich Gegner. Aha. Interessant. Folgen wir ihn einfach mal. Oh, niemand. der böse explosion alle alle daten musste jetzt fressen da kommst du nicht weg wo er lebt ja immer noch ich möchte er lebt immer noch bevor wir ein level abgemacht hatten geil sammelt bekommen irgendwas okay da war noch einer gipfel da ist endlich man ich will nicht ganz verfolgen und so er ist offenbar entkommen wie kommt es dass du hinter jemandem von der organisation 13 her bist organisation 13 der typ in schwarz wusste ich doch in der kaiserlichen stadt kursiert ein gerücht über einen spion in schwarz der in den bergen haust ich war ihm hier oben auf den fersen aber dann traf ich auf euch und er entkam schuldigung kein problem aber ich frage mich wo er hin ist okay schön der reihe nach hey du hör auf hier rumzuschleichen oh ho da will jemand aufs maul da haben ist dieser unbekannte alter hat er ein geiles schwert das ist voll schwer wenn man einmal nicht mehr anvisiert dann ist es ziemlich schwer ihn wieder anzuvisieren so nein du du ja so jetzt hat das war stirb digge stirb digge so schön abgewehrt bam so also was reflekt äh ah leck mich äh wenn ihr nicht wisst was reflekt läutet ja so wie kurzer schutzschild okay doch mal ab ey ihr säue und bang was das war schon uh 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 kontakt mit dieser kerl nein warum sollte er er Riko? Alles in Ordnung, Schauer? Hast du ihn erwischt? Nein, er ist weg. Er ist dir erwischt. Nun ja, und jetzt? Hier sind überall Herzlose. Die müssen wir vertreiben. Was war das? Los, wir müssen von diesem Berg runter. Na gut. Wir müssen weg. So, Gefährten sind wieder dabei. Ja, hat sich nicht viel verändert. Das sind Level 40. Wuhu! 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 Es fliegt auf die Stadt zu. Wir müssen Shang warnen. Ja, das ist ein Ding. Bzwung. Es fliegt auf den Rest. Das nenne ich ein Blick-Battle, ey. Und da waren lauter Kisten. Die will ich haben! Oh Gott, okay, wir sind hier im Dorf. Äh, hmm, zum Sam-Sam-Sam-Sam. Zur Kaiserstadt hat es geheißen, ne? So, sehen wir uns noch ein bisschen an. Ich schaue es mit Schätze hier aus. Vielleicht gibt es ja noch. Ähm, okay, 100 Morgenwald haben wir hier. Da haben wir hier noch acht Schätze, die wir finden sollen, müssen, können, wie wir wollen. Dann schauen wir uns noch um, denn ich will so viele Schätze ab, wie ich will, äh, wie es geht, man nicht. So, ja gut, ich denke, hier ist nichts mehr. Die Kisten sind ja mittlerweile, glaube ich, schon so, ähm, orange, dass man die nicht übersehen könnte. So, ab zum Hochlandpass. Hier dürfte es, glaube ich, auch wieder Kämpfe kommen. Ha, wusste ich's nicht. Oh Gott, was ist denn das für Herzlose? So, du darfst auch gleich mal sterben. Meine Thaler. So, sind hier noch irgendwelche Gegner? Ja. Die bekämpfen wir natürlich alle. Au, au. Du gehst sterben. So, Gott. Ich glaube, es war jetzt noch ein Thaler, aber egal, ne? Wow, Digga. Rast nicht aus. So. Meine Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, so. Was geht's da noch hin? Und da sind natürlich auch noch Gegner. So. Au, au, au. Boah, ey, bezieht euch. Level 41 ist goofy. Oh Gott. Huhu. Die Dinger lebe ich ja, ne? Die kennen wir ja. Dafür habe ich da voll abgespackt, meine Teile. Ja, ja, die sind mittlerweile auch schon Checker geworden, falls ihr das mitbekommen habt. Au. Aber ich denke, es ist nicht mehr so gefährlich wie früher. Au. Oh, ey, komm, leck mich am Arsch, ey. Komm her. Bam, ey. Ich glaub's nicht, ey. Boah, ey, ey, alter, ey, oh, ey. So, jetzt haben wir einen neuen Satz bekommen. Finstertropfen. Ein kristalliner Tropfen angefüllt mit Finst-Tanis. Interessant, interessant. Nichts. Ähm, was wollte ich machen? Abilities würde ich jetzt, glaub ich, gucken. Seitwärtsschlitzer. Äh, vier-Eck und rasch für die Kontrolle zu erlangen, um anzugreifen. Ich benutze aber nicht vier-Eck. Tut mir leid, ne? Tut mir leid. Äh, ja, das ist nämlich mal... Was? Äh, ja, schön. Schön? Was tut oder was? Wir reingraten. sabes, ist das ne, какие wir wissen? Oh, nein! Wir reagieren, kurz, ohne dich. Wir werden ein paar Schweine machen. Vielen Dank.